Eine gescheite Arbeit findest du dein Leben lang aus, obwohl das Heimzertags nicht mehr ist. Man kann sich aussuchen, welche Arbeit man macht. Bevor du 30 bist, Kinder kriegst, dass du für den Haushalt... Es ist einfach nur das alte Denken, was einen so richtig nervt. Weil wir sind mittlerweile in einem Zeitraum, wo man alles selber entscheiden kann. Und wenn jemand keine Kinder haben will, dann ist das so. Ganz einfach, man muss es nicht einfach dazu bringen, wenn es nicht so sein sollte. Oder Arbeit her. Ich finde es auch blöd, wenn sie die Eltern einmischen, was die Arbeit angeht. Man sollte selber wissen, was für ein Beißer ist. Und nicht die Kinder in den Beruf eingedrängen. Oder wenn es um Freunde geht, sie dort einmischen und das nervt einfach. Oder eben die Kleidung. Ich ziehe gerne etwas Bequemes an und gehe dadurch eher in die Hirnabteilung anziehen. Also Klamotten kaufen und so. Und gerne die Übergrößen. Wenn ich dann wieder etwas Enges anziehe, fühle ich mich nicht wohl in der Gesellschaft. Weil ich finde, mir passt das nicht. Und dass man sonst der Teufel hat angemacht wird. Oder vom Körper her, wenn man da nicht so passt, eingepasst, wie man sein sollte und so. Das nervt einfach nicht. Aber am meisten merke ich es auch bei meinen Freunden. Genau das, was du erwähnst. Immer nur den Druck. Zum Beispiel, wenn es heißt, eine Frau soll in der Uhrzeit nicht mehr ausgehen. Weil es kann das und das passieren. Man darf nur zu knapp anziehen. Man soll jetzt aber auch nicht so weite Sachen anziehen. Das ist nicht. Ich meine, auch wenn man immer sagt, nicht Ladylike. Man soll das nicht machen. Dabei dürfen zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Männer schaut. Seiner wird immer gesagt, mach was du willst, du was du willst. Und dann merkt man, dass es ungerecht behandelt wird. Schwierig, was das betrifft. Teilweise haben die Eltern eine komplett andere Forschung. Weil sie haben es anders gehabt. Zum Beispiel, ich fühle mit meiner Mutter öfters die Diskussion, wie das heute ist, wenn du als jugendlicher Bub eine Freundin suchst, die wirklich im Prinzip deine Vorstellung spricht. Nicht vom Aussehen her, sondern eher... Vom Charakter. Es ist halt relativ schwierig, dass du eine gescheite Freundin oder einen Freund findest. Weil als Bub zum Beispiel, wenn du eine Freundin suchst bist, entweder heute sagt sie nicht. Das ist klar. Das Lauch kriegt zu wenig Geld. Es ist sonst noch irgendwas. Es kann nichts weg. Und für die heutigen Männer ist es halt so, entweder als Mädel das kleine Brüste, das kleine Arsch. Was auch immer. Also es gibt natürlich immer ein paar Leute, was kann man schauen. Weil wir haben so bei der Werkstatt ein Glas, Fenster. Und ein Radl am Stecken oder so. Oh du da hebst dich schwer an Radl. Und sowas kommt halt auch der Getriebe aus daheim. Und dann schaut's. Es gab fast keiner, dass ich das auch kann. Also wenn's böse gemeint ist, nehme ich sie nicht ernst. Weil sie machen den Job eben. Dann wissen sie eh, was das ist. Aber wenn's so lieb gemeint ist, dann denke ich, ja mach ich. Krieg's dabei. Frauen sollen Hausrat machen und Kinder machen. Obwohl ich das Bild nicht mehr so hab. Weil Frauen können eine Karriere machen. Und ja, es sollte nicht immer so in das Bild versteift sein. Ja also ich finde auch, dass manche Leute immer das Bild haben, dass eine Frau kochen sollte. Und für die Kinder da sein sollte. Und eben aber ich finde, eine Frau sollte eine Karriere machen. Und wenn sie will arbeiten, Vollzeit und so. Also dass das aufteilt wird. Dass das nicht nur so ein Frauending ist, auf Kinder schauen. Lockerer werden, offener werden. Für manche Menschen ist das sogenannte Tabuthema, über Sex offen zu reden. Oder halt die Frau, der hat Beharrung. Damit können viele Menschen auch nicht mal offen miteinander reden. Obwohl das eigentlich so kein Tabuthema ist. Oder viele Frauen trauen sich auch nicht einmal mit dem Partner über solche Sachen zu reden. Vielleicht hat die Frau eine Vorliebe, sie traut sich das nicht zu sagen. Weil das heißt, ach, das ist eine Frau. Das sind halt immer so die unterdrückenden Sachen, wo die Gesellschaft noch nicht meiner Meinung nach reift worden ist. Das sind immer so im Mittelalter Gedanken für mich. Fernsehen, Seiten, Audio. Internet. Generell Social Media. Ich glaube generell das Leben wird von uns Jugendlichen eigentlich so richtig unterschätzt. Weil wir kriegen von der Republik, sage ich mal, die Chance, unsere eigene Stimme mitzuteilen. Auch wenn das durch ein Zettel ist. Weil ich glaube, wir unterschätzen das so, weil wir uns denken, eine Person, die fällt nicht auf. Und wenn jeder so denkt, dann geht halt irgendwann wirklich ein Großteil von der Bevölkerung gar nicht mehr wehen. Und nachher aber im Nachhinein kann es sein, dass wir das bereuen, wer das gerade geworden ist. Und das liegt aber noch an uns, weil wir nicht wegen großen Sand. Musik Im Nachhinein David Oh, yeah